Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's wieder, euer Kartus und Karl Kuczynski und ich pimp mein Ride, Abfahrt. Ja, wir spielen natürlich weiter Hand Simulator und heute sind wir im Auto drin. Oh, geile Mucke. So, wie fährt man jetzt Gas? Ich fahre, ich fahre. Ja, ja, man fährt automatisch. Ich fahr und fährt, Hilfe! Warte mal. Ich geb mein Gas. So, ich muss hier erstmal lenken. Enno, wie gibst du denn Gas? Ich hab keine Ahnung, er fährt einfach. Also ich geb auch automatisch Gas? Irgendwie, aber... Er fährt einfach. Kann man hier irgendwie... Ach, hier links ist so ein Knüppel. Echt? Oh ja! Man muss den Knüppel links mit der linken Hand... Warte mal. Oh ja, ich seh den Knüppel auch. Oh! Ich fahre voll rückwärts, Alter, scheiße, scheiße! So, und jetzt geht's ab. Alter, alter! Ja, der Knüppel muss noch vorne. Scheiße, oh Gott! Scheiße! Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! So, lasst ihn mal vorbei, ihr Sotts. Ey! Verrückt, ey! Alter, es ist so schnell. Es ist so schnell. Holy shit. Ah! Oh, fuck! Alter! Oh, Mann! Alter, das Auto macht auch nur die gleichen Geräusche. Wow! Okay. Man kann halt auch ein bisschen langsamer fahren. Ja, ja. So, ein bisschen zurück. Slow and steady wins the race, Digga. Und jetzt? Und ich pimp mein... Hä, wieso fährt der jetzt wieder zurück? Nein. So. Wer ist denn grün? Ich! Ich hab grad vorwärts gefahren. Ey, wieso fährt der immer zurück? Ist der Jeck... Oh! Ich kann nicht mehr vorwärts fahren. Ei, ei, ei. Oh, lol. Okay, ich hab's. Es ist halt immer automatisch ein bisschen... Nee, nee. Links ist ja der Hebel. Und umso weiter du ihn nach vorne machst, umso schneller fährst du. Ja, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Nur irgendwann fährt er bei mir auf einmal rückwärts. Ja, wenn du den Hebel nach hinten machst. Ja, aber ich hab ja immer nur eine Hand in der Hand. Weißt du, wie ich mein? Ja, aber der Arm geht vielleicht einfach... Also ich fahr jetzt erstmal schön wieder auf die Strecke. So. So. Alter, wer ist rot? Nee. Okay. Ey, ich überhol gleich einen. Das geht dir richtig ab. Ich bin rot. So, ich fahr jetzt los. Okay. Aber jetzt bin ich hier richtig... Scheiße. Alles, Sia, ne? Nein, nein, nein. Jetzt geht's los genug. Ey, ich werd immer schneller. Ja, weil der Arm automatisch irgendwas macht. Und ich komm nicht klar auf mein Leben. Ah! Scheiße. Ah! Scheiße, wo bin ich? Ich bin der Erster. Echt? Ja, klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn jetzt? Oh Gott! Bist du schon über die Rampe? Ja. Scheiße. Krieg ich meinen Arm jetzt zurück? Scheiße. Ich krieg meinen Arm zurück. Ich bin eben so nice gefahren. Ja, ich bin jetzt auf der Strecke. Oh, das macht Spaß. Hä, wo bin ich gelandet? Das ist besser als Mario Kart. Bloß ohne Item. Ey. So, jetzt erstmal über den Ruhigen. So, jetzt haben wir das hier. Alter, wer ist denn blau? Ich? Ja. Tschüss. Okay. Ganz, ganz ruhig, Kollege. Alter, Sterzig, wo bist du? Weit. Mann, das Ding ist halt... Ich kann nicht... Na! Oh Gott! Also, ich bin auf Position 3. Wo sieht man das? Ich bin auf Position 2. Ach so, da unten. Ach so. Also, das kann man echt vergessen, ey. Nein, das geht voll gut. Nein, das wird schrecklich. Hä, das geht voll gut. Nur nicht aufgeben jetzt. Ich kann nicht mehr. Nicht aufgeben. Eine Hand um den Knüppel legen da oben am Lenkrad der. Damit kann man richtig gut lenken. Ich hab meine erste Runde. Aber der gibt immer so extrem Gas. Ja, je nachdem, wie weit du mit dem Linkenhand den Hebel nach vorne oder hinten machst. Okay, okay. Huh! Ja, ja. Okay, der ist lila. Ich liebe es uns. Alter. Ciao. Ich bin hier auf Position 2. Nein, ich hab das Läger verloren. Scheiße. Ab wer die schnellste Runde macht. Krass. Fuck. Okay, ich fahr vielleicht mal andersrum. Oh mein Gott. Ich bin gegräbt hier. Scheiße. Okay, ich bin wieder voll auf Strecke. Wir blockieren doch nicht den Weg hier. Ja, doch, klar. Ich hab auch meine erste Runde gleich. Scheiße. Scheiße. Ah, da hast du genug. Ich brauch einfach mal ein Tempo, mit dem man arbeitet. So. Oh Gott, oh Gott. Ich hab ein Steam-Achief. Oh, es ist genug fährt. Oh mein Gott. Oh Mann, jetzt nach rechts. Ah. Oh, ich glaub, ich hab auch gleich meine erste Runde. Ja, ich hab's jetzt. Ich geh mal ein bisschen vom Tempo runter. Ja, erste Runde durch. So. Oh Gott. In dem Tempo kann man auch fahren. In dem Tempo kann man auch fahren. Okay, hier kommt ne Brücke. Wir schaffen's. Oh. Wir schaffen's. Ja, ja. Kalle, du musst jetzt aus dem Weg. Nee, nee. Du musst jetzt aus dem Weg. Wir haben die Fassade voll souverän vorbei. Also, ich hab jetzt, ich hab das perfekte Ding jetzt raus. Wer ist denn gelb? Sterzig? So. Ja, ich glaub, sterzig ist gelb. Der stand da einfach auf der anderen Seite der Brücke. Ja, ja. So, ich will jetzt einfach mal eine entspannte Runde hier zu Ende bringen, Leute. Warte, da seh ich grad jemand. Wer ist denn, Lila? Ist das Gnu? Das bin ich. Nein, ich bin Gnu. Aus dem Weg. Na. Schütz. Oh, kacke. Das funktioniert übel gut, wenn man's einmal raus hat. Ja, ja, klar. Ich bin jetzt auch einfach, ich fahr hier in der 30er Zone. Mir ist das Latex, Digga. Schau. Ey. Alter, du bist voll durch mich durch. Alter, du bist ja richtig Zündung. Ja, klar. Dann machen wir ein bisschen mehr Kast. Das wär ja auch ne gute Rundenzeit. Scheiße, jetzt hab ich den Arm wieder... Nein! Mann, das war so gut eigentlich. Scheiße. Die erste Runde lief so gut. Oh, Scheiße. Ja. Ja. Ja! Alter, das ist ja ne richtig starke Runde. Ey, jetzt fahr doch mal zu weit. Abfahrt, Abfahrt, immer weiter, immer weiter. Best Time, da gibt's ja noch gar nichts, ne? Was? Wird noch gar nichts angezeigt bei Best Time. Doch, 1,41 bin ich. Ach doch, stimmt, ja. Hat er ganz stolz gesagt. Oh, ich auch. So, warte mal. Alter! Hä, was? Das kann ich aber... Nee, das muss verbuggt sein. Nee, nee, ich bin übel fast gerade, Max, to be honest. Mann, jetzt nimm das Ding! Danke. So. Ich seh dich gerade über die Rampe fahren, Max. Alter, wie du da hängen geblieben bist, Digga. Okay, jetzt hab ich ein gutes Tempo drauf. Jetzt hab ich ein gutes Tempo drauf. Oh nein! Alles, was ich nur will, ist jetzt diese Runde nicht verkacken. Okay, ich hab's... Einmal durchs Ziel bin ich jetzt schon. So. 6 Minuten 45. Okay, first lap. Nein, nein, nein. Doch, okay. Saved. Saved. First lap. Fuck! Fuck! Ich flipp immer. Ich back so hart rum. Okay, okay, okay. Ah! Okay. Die Steuerung ist halt... Also, lässt du wünschen übrig. Das merkst du jetzt? War ich jetzt rückwärts? Lässt du wünschen übrig, ey. Danke, Kalle. Na klar. War ich jetzt rückwärts? Alter, irgendwie... Ja, ja. Oh, mein Auto ist so laut, ne? Es tut mir so leid. Man hört euch wahrscheinlich kaum. Ich hab auch von den Struggles. Was macht die da? Weg da! Oh, Alter, ich hab dich nicht geflippt. Nee, doch nicht. Aber sowas in der Art. Waaaa! Ah! Okay, saved. Okay. Okay. Ich hab' nur noch nicht einmal gesehen, glaub' ich. Bist du noch drin? Ja, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Fährst du auch, oder? Ja! Okay. Wärst du auf der Strecke? Ja. Scheiße! Alter, das ist so... Ich hab' so'n Krampf im Zeigefinger. Weißt du, wie ich mein? So, Abfahrt. Ich mach' jetzt hier ne große... Weiter, immer weiter. Ich weiß, ich weiß! Geisterfahrerin. Alter, er kann immer nur Vollgas. Ja, ja. Junge. Ich hab' so'n Krampf im Zeigefinger. Hier ruhig auch. Aber immer weiter. Ach, das wird auch nicht schön. Mann, ich hatte so ne gute Start. Ich hab' einen Zeigefinger im Loch. Oh mein Gott, ab jetzt geht's nicht mehr. Okay, okay, okay. Alter, ich fahr' wie so'ne besenkte Sau. Oh yeah! Knurrt ne Runde? Alter, wie kann das sein, dass du vier Minuten nur gebraucht hast? Okay. Ich bin wieder auf der Brücke. Ich bin... Oh Gott, ich bin... Okay, ich bin glaub' hier in der Zielgeraden gleich. Scheiße, Digga. Ja. Was war 1,41 bisher? Ja. Oh, scheiße. Ah! Alter. Hallo. Ach, das ist jetzt mal genug. Okay, verstehe. Oh, fuck. Okay, jetzt wieder ganz gezogen losfahren. Ich könnt' euch das nicht vorstellen, Leute, wie das... Also, das ist so ein Krampf. Das ist halt wirklich ein Krampf. Also, das hält. Und alle anderen im T-Suite sind so leise für mich gerade. Ja, dann tappt doch einmal kurz raus, Digga. Das hört sich so an, als würde der Wagen gleich explosieren. Ja. Oh, ich hatte so ne gute Runde, ne? Der zweite Runde war richtig safe bei mir. Scheiße. So, pass mal auf. So, jetzt aus dem Weg hier. Aus dem Weg! Ah! Kalle, ich kann grad nicht. Okay? So. Oh, Gott, nein, nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Oh, Auto! Auto! Oh, fuck. Nimm den blöden Steuerknüppel! Ja, bei dir was auch! Oh, Kalle, ich bin hier auf dem Fersen! Nein! Sieher! Sieher! Nein, nein! Sieher! Nein! Du bist schneller! Ahaha! Ahaha! Du Affe! Du bleibst... Ahaha! Du Affe! Oh, Gott! Ah, zieh denn los? Ich bin gedeutscht. Ah, ich auch. Die Runde werden immer besser, Leute. Ich hab so'n Krampf in der Hand, Alter. Jo, ich auch. Alter, es tut so weh. Wallah. Also, es wird wahrscheinlich keine Bestzeit von mir. Okay, bei mir, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Nee, du standst da übel lang gerade rum, oder nicht? Boah, ich hab... Ich hab jetzt... Ich hab's übel gut. Oh, 7 Sekunden langsamer. So, pass mal auf. Also, ich hab eigentlich ein gutes Feeling. Aber das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger gedauert haben. 1,47. Ist meine beste Zeit. Okay. Wir versuchen uns jetzt in dem Tempo noch einmal durchzuziehen. Weil jetzt hab ich das Gefühl, das ist einfach... Für die Peak-Performance. Boah, guck mal, wie ich fahr' wie ein junger Gott. Alter, du kommst so von der Seite da irgendwo. Scheiße. Oh, nein! Ich hab's ja gar... Warte mal, hier drehen, hier drehen. Wir kriegen das hin. Go, go! Oh, ist doch... Alter, richtig vorbeigezischt. Oh, meine Hand schwitzt sich. Ja, meine Hand ist auch im Arsch. Also, eigentlich nicht, aber... Oh, Gott. Oh, Gott. So, jetzt kommt hier die Brücke. Also, das... Leute, ich weiß, ihr seid zu Hause an dem Bildschirm auch gehypt. Das ist halt so heftig, ne? So, jetzt langsam drüber die Brücke. Ah, meine Hand. Alter, jetzt bin ich richtig am sweaten, weil ich weiß, dass das ne Bestzeit-Runde ist. Ne, ne. Doch, doch. Ja, dann brechen wir kurz davor das Video ab. Bei 1,41 ist ja einfach die beste Runde. Nein, nein, pass auf. So. So. Ja, ey, das Ding ist, die Brücke kehrt mich immer. Bitte nicht reden jetzt. So. Pass auf. Ah, nein! Oh, doch. Ja, das klingt gut. Na, das ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Alter, voll Risiko jetzt. Ich weiß doch gar nicht, wie sich das... Nein! Sehr gut. Scheiße. Nein! Das Ding ist, er wird immer schneller. Das ist das Problem. Fuck. Ey, die ganze Runde war so gut. Ciao. Es kommt hier nicht mehr rum. Wird euch nicht schlecht bei dem Spiel? Doch, übel. Nee, ist richtig schlecht. Soll jetzt nochmal richtig Gas geben? Ach, Mann. Oh, stört sich. Danke für die Runde. Beste Runde ever. Nein. Na, die war scheiße von uns beiden los. Stört sich. Ich bin die auf dem Fersen. So. Also, ich will das da eigentlich nochmal schaffen. Das wird jetzt die krasseste Runde meines Lebens. Mann, sterzig, du hast mich voll gef... Hä? Meine Dings blockiert. Das Problem ist, die Leute sind ja auch ein Hindernis. Sterzig ist... Äh, Jasmin hat sich einfach als Zuschauerin entpuppt. Ja, das ist mir lieber. Ja, es ist auch stressig. Hey, jetzt sind die Reifen! Ich höre euch auch kaum. Das Spiel ist so übel laut. Ja, ich habe das Spiel übel leise gemacht. Jetzt vorsichtig über die Brücke. Okay, ich versuch's jetzt noch einmal, okay, Leute? Okay, das wird meine Runde. Na, jetzt warte mal. Okay, jetzt aber. Go, go. Da kommt das Nächste, ist los. Ich erhöhe ein bisschen das Gas. Ich nicht. Mann, ich kann nicht richtig lenken! Oh mein Gott, sterzig. Du hast meine Zeitpassung! Nein! Ich kann halt nicht richtig lenken. Die Lenkung ist im Arsch, glaube ich. Neuer hier! 1,34. Das ist krass. Ja, gut. Also, Leute. Nein! Du hast es verdaut, Christo! Warte mal. Oh nein. Das geht noch. Ja, also wir haben alles gegeben, würde ich sagen. Warte, ich mache gerade letzte Runde, Kalim. Ich mache leider eine Runde noch. Warte, ich muss Hanno noch. Ich kann ihn vielleicht noch aufhalten. Ich mache jetzt, ich fahre euch jetzt entgegen. Ja, ja, das wollte ich auch. Du Sau! Gedodged. Wo ist Hanno? Okay, ich gebe jetzt nochmal alles. 1,34, das habe ich. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Vollgas. Nein! Ja! Nein! Okay, Leute. Das war es für heute mit der Sülze. War eine extrem lustige Runde, beziehungsweise die Woche. Aber Handsome und Leda können wir wahrscheinlich erst wieder in drei Jahren bei der Sülze machen. Weil vorher wird das nicht. Ja, habt ein schönes Wochenende. Im Monat geht es weiter bei Hanno. Schaut bei der Papo-Folge von gestern vorbei. Tschüssi, Kosti, Adieu, Monsieur. Tschüss. Tschüss. Alter, da kommt gerade noch irgendwas Pinkes vorbeigeflogen. Alter, vier. Tschüssi, Kosti, 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 Kosti.